Christina Kühnbaum-Schmidt Wahlverwandtschaften Ist ziemlich lange her, dass sich jemand so um mich gekümmert hat, sagt Camille. Sie ist eine der Hauptfiguren im Film, zusammen ist man weniger allein. Dieser Film zeigt vier sehr verschiedene Menschen auf ihrer Suche nach ihrem je eigenen Weg durch das Leben und nach Verbundenheit mit anderen. Für mich ein zauberhafter Film, der geradezu glücklich stimmen kann. Jedenfalls dann, wenn man vor ein wenig Kitsch und der Suche nach Harmonie nicht zurückschreckt. Zusammen ist man weniger allein. Jesus sieht auf die Menschen, die er lieb hat und die ihm ganz besonders verbunden sind, seine Mutter, sein Lieblingsjünger. Er ahnt, beide wird sein Tod besonders treffen. Beide werden diesen Verlust nur schwer verarbeiten können. Und beide werden sich mit all dem sehr allein fühlen. Mit großer Empathie für diese beiden Menschen weist Jesus sie aneinander. Er legt sie einander ans Herz, vertraut sie einander an. Er hilft ihnen, ihre Verbundenheit mit ihm langsam zu lösen und auf einen je anderen Menschen zu richten. Ihre Liebe und Fürsorge für ihn müssen nicht ziellos herumirren, sondern finden ein neues Zuhause. Die zärtliche Aufmerksamkeit Jesu für die Menschen, die ihm besonders nahe sind, rührt mich an. Und auch, wie sehr er dabei die Möglichkeiten seiner Mutter und seines Lieblingsjüngers im Blick hat. Wie hoch er ihre Fähigkeit und Kraft zur Liebe und zum achtsamen Umgang miteinander wertschätzt. Jesu Fürsorge über seinen eigenen Tod hinaus führt die beiden in eine neue Freiheit. Freiheit für andere Menschen. Freiheit für neue Nähe. Freiheit für neue Gemeinschaft. Ihre Liebe und Fürsorge, die ihm galten, dürfen sich jetzt anderen Menschen zuwenden und sie zu Anvertrauten werden lassen. Mit neuen Anvertrauten braucht es keine einsamen Alleingänge zu geben. Im Gegenteil. Neue gemeinsame Hoffnungsschritte sind möglich. Zusammen ist man weniger allein. Christina Kühnbaum-Schmidt Wahlverwandtschaften Gelesen von Helga Heinold Aus dem diesjährigen Fasten-Lesebuch »Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge« Erschienen in der Edition Chrismon »Gelächte«